Ähm, ja die zweite Stelle glaube ich ist gar nicht so weit weg, also beziehungsweise nicht, sie ist schon ein Stück weg, aber sie ist, ähm, ich glaube ich weiß, wo sie ist. Also entweder ist das, das müsste die Lagune sein, Barrel Lagune ist das zweite Ding. Ähm, ne das haben sie geil gemacht, also die Stelle ist, ist nicht schlecht versteckt. Dann haben sie unterm Wasserfall, also ich sagte nicht welcher, ne, aber dann haben sie unterm Wasserfall ne Höhle gemacht, ne kleine, also beziehungsweise nicht ne Höhle, sondern so ne kleine, ja, Nische. Und dann ist das so wie bei dem anderen Schatz von der Jackhall Gang. Das du da in so nem Ritz nachgucken sollst, ne? In so nem Spalt. Ja! Ja, unser perfektes Freipitty-Gefell, äh, Fell hab ich ja, ne? So, es wird wieder kühler. Hast du schon die Duelle angefangen, mit diesen vier Typen? Ja, du hast doch am Anfang in der Bar... ...zum Typen-Geschwätz, der irgendein Buch schreiben will, über Leute, die sich duellieren. Achso, ja, ja, das ist doch schön. Hast du die vier Typen schon gekillt? Ja, 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 ok. Ja! Ich hab die Stelle gleich gefunden. Sehr geil. Ich werde jetzt aber mal ein Pferd vom Eis nehmen, weil das fängt schon an zu bröckeln. Ah, ja, geil. Äh, ne, 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 ne. So, ich komm' hier jetzt wieder hoch. Da vielleicht? Ja. Ok. So, holen wir noch mal die Karte raus. Karte, das ist Karte statt Karte 2. Auf den Balken? Ach komm, das hab ich nicht gesehen, äh noch ne Karte, ach lesen, folge dem Pfad im Nordosten vom Fort aus den Berg hinauf, durch den Spalt zwischen den zwei Kuppen und nimm den linken Pfad nach unten. Das ist die Frage. Wir haben einen vor. Wir haben hier ein fort, da war noch irgendwo ein fort, ein kaputtes fort. Wir reiten mal nach Fort Wallace. Das ist das Schlauste glaube ich erst mal. Haben schon wieder Leute angefangen, hab ich gesehen auf Facebook, schon wieder Leute angefangen lustige Dinge in den Schnee zu malen. Ja, hab ich auch schon gesehen. Der Penis? Mhm. Ich mein, man muss schon Langeweile haben, oder? Ja, weiß noch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Aber das ist genau das, was Rockstar damit bezwecken wollte, glaube ich. Was? Ja. Ähm. Gibt es eigentlich im Grund so viel Geld zu sammeln? Irgendwie? Ich hab jetzt grad so das Gefühl... Naja, wenn du mal schaust, wie viel du allein für Zubehör ausgeben kannst. Und ich mein jetzt bei mir nicht unbedingt jetzt im Laden oder so, sondern du kannst bei Trapper kannst du verschiedene Munitionsgürtel machen. Naja, das hab ich gesehen. Snipergürtel und was weiß ich was. Auch wenn mir da ein bisschen die Beschreibung fehlt. Alter, du Wichser, Alter. Hetzt mich mal mit umgeritten, wird's noch leben. Wow, 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 wow. Jetzt brennt er ja richtig. Wer brennt? Wer brennt? Ich kann nicht den da rausziehen. Der hat doch bestimmt irgendwas. Warte mal. Das ist ein Problem. Wunderschön. Wunderschön. Somebody, helfen! Shut up! Wunderschön. Wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Naja. Wir gucken jetzt. Über das. Ich weiß nicht. Er ist nicht. Das hat mich jetzt so zu sehen. Alter, der hat den Typen ins Feuer geschmissen. Dann bin ich hin und hab den Typen mit dem Lasso aus dem Feuer gezogen, dass ich ihn plündern kann, weil ich mir gedacht hab, vielleicht hat er irgendwas, weißt du? Und dann, ja, Zeuge, bla bla bla. Damit der andere mich nicht abknallt, hab ich den auch noch mit dem Lasso gefesselt. Ich dachte mir halt, manchmal ist das echt krass. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich an dem Fort krieg, weil... Jetzt bin ich so gepolt, dass, sobald ich eine leer stehende Hütte sehe, ich ihn mal rein rennen. Ja, man weiß ja nie, Alex. Das ist richtig. Habe ich vorhin auch ein paar Mal gemacht, habe einige Zigarettenbilder gefunden. Aber weiter zu Fort Wallace. Ich will jetzt gucken, ob ich die Schatzhupe hier beenden kann. Ich find das mit den Schatzhupe echt geil gemacht. Da ist das Fort. Okay. Warum ist das Pferd so aufgeregt? Ich raff das nicht. Nee, gar nichts in der Nähe. Der lässt dich aber auch grad nicht mal füttern. Eine Pirsich. Wir könnten uns aber auch mal was zu essen geben. Dosenlachs. Was ist immer noch nicht zum... Warte mal. Die Frage ist, von woraus muss ich drauf schauen. Ist halt jetzt auch wieder sowas. Noch mal die Map rausholen. Ich wäre übrigens dafür, dass man einen Shortcut hat. Zum... Wie? Nee. Okay. Ah, okay. Dann könnte das jetzt da drüben sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Okay, da komme ich nicht hin. Den Liegenpfad, ne? Du hast jetzt dein Mindestgewicht erreicht. Okay. Hm. Wir sind dran. Ah ja. Untersuchen. Habs gefunden. Nee. Hä? Felsschnitzer rein. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin grad vom... Vom Ding gerutscht. Vom Felschen, alter. Ja. Laufs bei dir. Aber wie ey. Aber das muss das sein. 3000 Meter in die Tiefe gestürzt. Neuer Tagebuchantrag. Merke. Stürze nicht. Vor deinem Fels. Ja. Könnte wehtun. Aber das muss trotzdem noch immer... ...der Fels sein. Warte mal. Ich muss jetzt noch mal die... Ich geh jetzt noch mal hoch. Und dann gucke ich noch mal die Map an. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Hast du äh... Hast du überhaupt noch keine Schatzkarten, ne? Außer die, wo ich dir da... ...gezeigt hab letztens. Ich sehe. Ja. Das war übrigens der Stone Cold Steve Austin Backdrop. Top. Off. Hell. Drop. Down. Move. So warte. Ich drück immer die falschen Tasten. Merke ich immer. Immer noch. Fort. Das ist ja. Und dann hinten rum. Durch den Spalt zwischen den zwei Kuppen. Nimm den linken Pfad nach unten. Nach unten. Ja. Weißer was. Das ist ein bisschen abgewichste Scheiße. Ja. Und nochmal. Ja. Ey. Das ist fast auch schwer. Das ist ja auch schwer. Ich hoffe das... Ja ja. Ich hoffe das ist das Richtige. Ja. Auch mal neu. Zum Glück sterben wir hier ohne Verluste. Na toll. Ja. Nochmal rüber. Ja. Ich könnte das Pferd nehmen aber nein. Ich habe gerade schon aus Versehen gepfiffen und das Pferd stand mit oben. Das ist mir verreckt ey. Ja. Wobei doch. Ja. Ach scheiße. Jetzt ist das mal Pityfell weg. Obwohl es dein Pferd nicht betroffen hat oder was? Naja. Dann ist immer alles weg. Ist mir irgendwie scheiße gemacht. Over noise. Hallo. Ist hoch da. Ich würde das ja eh nicht überlegen. Ich würde das ja eh nicht überlegen. Ich würde das ja eh nicht überlegen. Okay. Den habe ich. Den hatte ich auch noch nicht. Rotschwanz. Den linken Pfad nach unten. Jetzt muss ich nochmal. Das geht doch hinten rum. Das geht hinten rum. Boah. Ich glaube nicht das lohnt ey. Weh das lohnt nicht. Das muss der Pferd sein. Das muss ich noch mal gucken. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Gibt es da irgendeine Möglichkeit. Aber ich probiere das jetzt so lange bis ich das hin kriege. Und ich hoffe immer noch, dass das das Richtige ist. Wo war das alte vor? Das war nicht am Hügel, das muss das sein. Warum spawnt mich das Ding immer weiter weg? Ist doch scheiße. Jetzt an der Stelle sind es dreimal vorweg. Hier ist die Hobbit Höhle. Was machst du eigentlich gerade? Ich will ein bisschen jagen. Was musst du denn jagen? Oder was willst du denn jagen? Boah, da brauchst du ein paar von, das weiß ich gleich. Da brauchst du glaube ich keine Ahnung, fünf, sechs Stück bestimmt. Sieht halt voll danach aus. Dass ich da runter muss. Dass ich da runter muss. Und das passt halt, weil durch den Spalt der zwei Kuppen, das ist hier. Deine Kuppe hat ja nur ein Spalt. Wie meinst du denn das jetzt? So wie ich dachte. Jetzt hört sich schon wieder pervers an. Ja, in der Tat. Wo ist das andere vor? Ich weiß jetzt gar nicht, wo das andere vor war. Ich will, dass ich am falschen vor bin, weißt du? Kann ja auch sein. Und du hier gerade hundertmal umsonst stirbst? Ja, eben. Weißt du noch, wo das alte vor war? Da war noch ein vor, wo komplett zerstört war. Boah, da hat keine Ahnung. Ja, ja, ja. Nein, das ist nicht hier irgendwo. Nee, das muss schon stimmen. Zwei Kuppen und der Spalt. Kuppel, Spalt, Dritte. Bist du sicher, dass du zockst und in irgendein Porno guckst? Ziemlich so gerne, ja. Ähm... Was? Glück gehabt. Schon wieder runterfallen? Ich sagte Glück gehabt. Nimm den linken Pfad nach unten? Nein, das stimmt doch hier. Aber so. Komm ich nie wieder runter. Komm ich nie wieder hoch. Jetzt habe ich es ein Stück runter geschafft, aber... Jo, tot. Alter, ich lass es jetzt. Das muss doch stimmen. Oder wo ist das andere vor? Ach, jetzt stellt er mich schon oben auf den Bergdorf oder was? Jetzt bin ich komplett falsch. Ja. 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 Komisch. Na gut, lassen wir das. Da geh ich einen Dachs jagen jetzt. Wo hast du gesagt? Da, ne? Da geh ich jetzt noch einen Dachs jagen, wenn es hinausgeht. Und wenn es nicht hinausgeht, dann geh ich ins Bett. Ganz am Lärm. Dachs jagen. Da, ne? Da, ne? Da, ne? Da, ne? Da, ne? Ich hatte das Gefühl nicht los, dass das hätte klappen können. Vielleicht warst du ja gar nichts hinter dir. Ich war auch bestimmt nicht so weit davon entfernt. Woran hast du geschaltet? Der Weg, ich habe den Weg nicht gefunden. Keine Ahnung. Ich war leider ein wenig komisch. Aber mein Gott, mein Scheiß. Das funktioniert. Immerhin funktioniert das. Ja, wo hat es jetzt covered? Hm? Das hat geklappt. Wo hat es jetzt gehangen, dass es nicht geklappt hat? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Entweder ist es das falsche. Und zwar der falsche Berg. Aber das war der einzige, der zutreffend war. Ne? Oder... Äh...